Dieser Ford Grand Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Dachrailing, Einparkhilfe, Bluetooth, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Star Wars